league of legends mit denselben die auch beim letzten mal dabei war also felix hat mal handball gespielt ja morgen das nächste mal spielt immer noch handball ja weil ich kurz verwirte ich habe mich mit jemandem verwechselt nein aber jetzt gerade nicht äh life is good gunny, ne, der ist ein basti life ist aber bei dem ganze gar nicht gut äh dann halbes 10 bin ich, wie black ist hugh, der ist asiate, das heißt er hat keinen bartwuchs rideable cocky ist elf jahre alt 14 11 du bist gewachsen, junger, stolz auf mann warum schreibst du mich an, aden guten morgen, kannst du physik ich antworte da jetzt einfach nicht drauf nein oder, ich spiel nicht gegen olaf projekt oder hartziker projekt justin, projekt, definitiv projekt, projekt justin ich habe gefühl ich soll projekt spielen ja ich spiel gegen olaf also spiel dich hartziker bereitet euch darauf vor, dass ich feeden werde na tust du so oder so filthy prank hat heute ein video hochgeladen ey cocky spielset ey, gynny hat das von gestern gesehen, shut the fuck up das ist so wichtig shut the fuck up shut the fuck up und irgendwas mit cunt so weit kann er sich merken welcher kant und wir haben keinen welk aus main, alter sagst du weg wir haben pick den der war doch ist ja neu, welk aus main aber cocky feedet eh das macht keinen unterschied nicht w oder q oder r ja ey jungs, evade wir? ja ja ok full evade alle direkt boots kaufen und laufen nein gut ich tp einfach direkt dahin zur power und stell den ward ja auch tp auch tp damit es unauffällig ist welchen meiner 5 vizinskins soll ich denn nehmen, jungs? äh den tp ich hab jetzt voll editiert kluuuu ach ist das annika? äh es bläht noch nicht gynny 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 Rechtfertigt voll Silber, Alter. Dosenöffner... Die heißen einfach Dosenöffner. Boah, Alter, genüffelt ihr jetzt? Du bist ein Main! Zum Glück hat Fünnie mir das jetzt gesagt, ansonsten hätte ich das nicht gewusst. Ich auch nicht. Habt ihr das schon dreimal gesagt? Ja, wir haben da grad richtig krass über Europa geredet, ne? Ich musste mir einfach gerade noch mal... Einen runterholen. Einen runterholen. Oh, hier ist der Hahn, hat jeder gedacht, ey. Ja, wir haben ja gerade über Annika geredet. Ja, stimmt. Fünnie, wie findest du das neue Bild von dir? Und deiner Schwester? Digga. Item-Bild? Boah, hat man die Fresse. Boah, Felix. Ey, was ist Janine eigentlich? Debate, ne? Botlane oder Toplane? Botlane. Botlane. Der will wahrscheinlich beim Blue anfangen. Wir gehen aber trotzdem nach unten und nehmen den Red oder so. Go, go, go. So richtige Gruppel-Aktionen hier wieder, ey. Boah, jetzt wird sich... Soll ich jetzt Vue oder Es gehen? Warum laufen wir hier lang? Ey, war das der kürzeste Weg scheinbar, ist Vue. Warte, ich hab jetzt okay nichts. Wir laufen hier lang? Hier lang? Oder hier unten? Oh! Wir hauen einfach ab. Ich hab das Gefühl, die hatten ganz leicht dieselbe Idee wie wir. Nee, nur die gleiche. Ist das ein Unterschied? Die Mutter ist ein Unterschied. Wollen wir jetzt einfach weiter, ne? Ja, ich hab mir gerade rausgeguckt, wo ich gerade pingen würde. Ich hab gerade meine Mutter gerufen. Scheiße. Da ist es draußen. Warum ist deine Mutter gerade mich gerufen? Und so wie der's mit? Warum hast du eigentlich diesen Full-Kensher-Skin? Warum ich den Full-Kensher-Skin habe? Oder Justin? Du? Ach Justin. Achso. Wieso ich den hab? Ja, weil ich Ash-Made bin. Weil das der beste Ash-Skin ist. Also Harzika ist auch schon geil, muss ich sagen. Projecting ist besser. Ey, komm mal auch zu der Party, hallo? Ach, ja. Ey, Gunny ist ja mein Support, ne? Ich hatte kurz was, Marcel. Ey, Leute. Ich hab AP-Run und Masrys drin. Wanderlord-Zwanecken ist OP. Wie es plötzlich voll still geworden ist, ey. 11 AP Karassa, Mann. Was doch, AP ist so gut. Ich hab... Nein! Ich hab verkackt. Und dann spiel ich noch gegen den Olaf. Danke. Bitte sehr. Ich geh mal kurz Warden, Gunny, ne? Boah, ich musste mir einfach nochmal I play Pokemon an. Pokemon? Pokemon. I play Pokemon, go every day. I play Pokemon. Pokemon, nicht Pokemon. Wenn I wake up, I grab it like Pokemon. I wanna kill them all. I wanna play Pokemon. Boah, und solche Idioten muss ich jeden Tag ertragen, ne? All day long. Weißt du, ich ping die Scheiße schon, ne? Ja, nimm lieber die Großen. Da sagt er nicht. Alex, Mutter muss auch zu Alex, ey. Haha. Ja, also da gehörte dann Justin anschein... äh... Justin Patrick anscheinend nicht dazu. Oh! Live auch nicht, ja bitte. Oh, was muckt der eigentlich? Ich war live einfach im Tent und hab ihn gesehen. Boah, der ist einfach ein geiler Champion, ey. Ja, find ich auch. Richtig komplex. Hat dich jemand gefragt? Und wie geht's jetzt, hallo? Können wir uns mal bitte alle gegenseitig muten? Ne, können wir einfach alle cocky muten. Ja, das Problem ist, der müsste sich raustabben und dann wird die Aufnahme TS sehen, halt nicht sogar. Ja, und? Komm' eh nicht rein. Weil wir haben ja so'n super innovatives Passwort. Ach ja, okay, okay, okay. Ja. Ja. Ach, egal. Boah. Du hast hier eh keinen Flash, also scheiß drauf. Ja. Boah, Thunder... Leute, Thunderlots ist gar nicht so schlecht, da mach ich mit einer weh hier. Ja, ist ja gut, Könny. Wollte ich gerade noch Thunderlots fliehen. Thunderlots ist so... Oh, Louis, war nicht so schlecht. Ja, ist echt so. Hätt' ich die Wege getroffen, wer sie... Ja, ich hab keine Länder gespielt auszusehen, ne? Ist mega drauf. Ja. Ja, ist Könny. Also, mit Vorhoff, wenn du den gespielt hast? Ja, ich weiß. Boah, Felix hat... Mit Grass of the Andering hätt' ich den aufgekappt. Wie, Sir? Und ohne AP-Huhn auch. Ey, du kannst auch mal Auto ticken. Nein. Er rinnt einfach weg. Ey, Günny? Äh, kommt die... Okay, ich bin tot. Günny? Ja. Du kennst die Elo von Justin, oder? Ja. Leute, ihr seid, hilf mir! Lentern jetzt, Könny! Ich hab' Lentern jetzt, Könny! Lentern jetzt, Könny! Lentern jetzt, Könny! Oh Gott, was soll ich machen? Autotix! Oh, Autotix! Oh, Autotix! Es war mein EG-Flash. Alter! Ich nehm' immer meine EG-Flash. Das waren eigentlich pure Hacks. Also, ich hab' mich nur gefreut, dass ich weggekommen bin. Jux, hier! Hier hin! Ich hab' mich nur gefreut, dass ich weggekommen bin. Und dann bin ich noch nicht weggekommen. Oh, nice! GY-Flash! I play Pokémon go ever today! Ja! Ha, schade. Ja, dann weg. Oh, GY-Flash hat auch keinen Lantern. Ah nice Der Glycer hat eh nichts verändert, Ever6 hat sich eh verpisst Ne, aber da wäre ich nicht gestorben, nicht Koki Boah, ist das eh kraft, ich gehe voll AP, weil ich bei mir skaliert... Meine Ulti skaliert auf AP, Leute Ja gut, dann hast du AOE auf der Savage-Egger Ja Dann Koki, deine Mechanics sind immer an mir Scheiße, will ich boosten Will ich steht mit, Thresh ist irgendwie richtig scheiße Ja Willst du? Ich nicht Ich schon Äh, tschüss Felix, dann ist ich mehr Aksa, falls er die verfehlt Dann viel Spaß in der Welle Oh Hauptsache der hat die eh trotzdem noch durchgebracht, obwohl ich schon auf dem Boden lag 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 Es ist so ekelhaft, ne, 13 AP, warum? Ja, aber du, was hast du denn wieder gemacht? Ich, ich hab nicht, ich hab immer noch die Morgana Maske, so ein, äh, Ruden drin Oh, die Q, die hab ich gesehen, Q, ne? Hey, wenn du eine 6 Minuten hast, du bitte ermitteln, komm Die will Ich dachte, du springst in die andere Seite, ne? Die hab ich gesehen Auf, Aufnahme, ja? Stay safe, motherfucker Ne, ich kann mir schon Boots und Dingens kaufen Boots und BF Oh, fuck Jawohl Ich hab den gedivet Und ich hab den Und nur Reina's weg Ich hab meinen Wartjob verkacken Hot the fuck up Hot the fuck up Der hatte doch... Der hatte doch eben auf die, er hat ja noch passive Da hat ja keine passive, ich hab den Grandschuh getötet Ja, das war Ja, das war Gut, Wolfgang, Joop, Kauke Äh, ok Ja, Reina ist so schlecht, der jetzt einfach ulten soll, wenn er du ulten soll Weißt du, was ich letztendem... oh, schade Ach, wolltest du drüberhucken? Ach, das heißt, wie heißen die Dosenöffner? Das ist ein Kanar. Würdest du die erst dann nehmen müssen, wenn ich Luft habe. Lasse, du willst gerade vom Meister unterrichten, dann merk die. Dann merk ich gerade echt. Also, Vassel hätte sich nicht mal angezogen. Geht das überhaupt? Oh, der Topling? Ich bin in den Kampf und du bist tot. Ja. Nö. Was ist das denn für einer? Wer gestorben? Auch langsam mal Ulti, denn ohne Ulti ist das Leben irgendwie scheiße. Geh irgendwie scheiße. Geh irgendwie scheiße. Ich habe Insek, ich stehe, ne? Äh, Koffi, sorry. Ich dachte, du kommst, weil ich koste, älter. Ja. Ich spiel kein Meister. Go, 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 ich bin da. Äh, Insek wird doch rein. Ah, nice Insek. Ja, wenn ich die Q nicht treffe, älter, dann kannst du dir der Insek in den Arsch schmieren. Vor allem schmieren. Schmieren? Ich will nicht so meinen Arsch schmieren. Schmieren. Doch. Das Schmieren hat sich schon richtig eklig an. Soll ich so. Das ist noch richtig eklig. Jo. Ich glaube, der Zwitser ist beide der Topling, oder? Weg, weg, weg. Nein, nicht mal. Der zwar nicht mal Ulti, äh, dicht, dicht, äh. Ich glaube, du wirst verliebt. Also, ich glaube, die will einfach gar nicht watschen, bevor wir ihn haben. Easy. Wie viel musste, glaube ich, sein. Oh, die machen mein Pinkwort weg, die holen mir. Äh, Hilfe. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, warum park ich eigentlich nicht? Komm mal, Tom. Heil Max, lass. Was? Nein. Heil Max. Alter, komm. Geht, 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 geht. Komm, Jungs, das macht ihr da oben. Achtung. Nice. Job. Hast du noch Flash? Ähm, hier, Korki hat Paket. Jawoll. Nice. Ich weiß. Ich war Laser gedrückt. Aber bang! Korki hat Paket. DHL. Aha. Hm, du... Ach, wo DHL? Was ist los? Oh, Leute. Warum ist der Level 5? Was ist das Hölle? Warum liegt der Level 5? Ja, vielleicht ist der Level 5. Der Level 5 ist zu spass, du hast ihn getroffen. Du hast ihn getroffen. Du hast ihn getroffen. Korki im Platz. Oh, ist das Mail. Oh, ist das Mail. Oh, ich hätte den rausspringen sollen. Hat geburned, glaube ich. Mr. Burn. Hey, äh, Gudi. Trick. Loll. War kurz gestunkt. Oh, ich habe keine. Ich habe keine... Becken. Ich habe keine... Becken. Ja. Oh, ich hab schon Morelos. Das ging schnell. Lieber AP. Der gibt Blade. Das nimmt! Das ist schon ein Mixer, was? Komm, rein, Leute, rein. Du musst den Tower nehmen. Ja, Ulti. Oh, richtige LCS-Rotation hier. Oh, ich dachte jetzt, ich würde Ulti machen, aber Anteil... Ja, dachte ich auch. Ich dachte so, ja, tschüss, Leben, ne? War schön mit dir. Will ich nur noch was getroffen? Leute, ich hab euch Ulti, das geht gar nicht gut, ne? Ich hab mir jetzt aus, aber ich muss die Gold-Eins-Gemüter. Easy, Alter. Oh, fahre ich weiter. Nice. Und ich bin auch echt mütet, ne, danke. Leute, Leute, könnt ihr jetzt entweder jetzt den Mitte-Tower machen oder verlieren den Fortnite-Tower. Okay, die Wind-Tower-Tower. Ich komm jetzt mit runter wieder. Oh, 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 oh. Also ich mein, fast Blood-Wohnen-Wohnen. Hallo? Dann rotiert mal bitte da. Ey, Cocky, ja, ich hab dich gecheckt, ich hab roti irgendwo. Was ein Hurensohn. Und die Ulti? Ey. Cocky. Ich hab mich gecheckt. Oh! Oh! Alter, halt dir einfach die Schnauze, ey. Warum? Er ist da. Ich muss hinten bleiben. Nein. Hat er resettet, natürlich. Nice, Alter, alles getroffen. Fuck! Achtung, Achtung! Achtung! Nur ich weiß meins! Scheiße, ich blöde! Boah! Boah! Einfach weggehen hier. Oh, lol! Wir sind eh... Warte! Wie ist das denn? Aber nein! Boah, mehr kehr' nix! Am Mittwoch! Warte mal hier! Ich mach euch einfach E, B, Ulti, Q und alles gut! Nice! Alle tot! Cocky hat nicht gesagt, von wem er spricht. Wahrscheinlich von einem Minion gesprochen. Ja, hab ich auch! Ja, ist klar! Es ist getroffen, ja? Ja, ich glaub's auch. Keine Sorge. Es wird getroffen, weil sie tot. Damit der Typ mal Double Kill machen kann. Aber guck dir das an! Guck mal, alle die mitleihen! Die tot! Guck mal, alle die mitleihen! Ah! Das ist auch damals für Seraphic gesagt und hart gefehlt! Alle tot! Du hast ein Bad gekauft! Ich geh mir mal Deathblossom K6 kaufen, der ist nämlich im Angebot. Ich hab Deathblossom K6. Ich weiß. Ey, geh! Du bist doch nicht, du bist tot! Nö! Junge, ich sterb nicht! Nicht als VanEck Main! Ja, guck! Guck dir an, wieviel Schaden ich jetzt an den Minions mache! Wegen meiner Ulti mit AP! Drei! Zwei! Eins! Und ich hab jetzt Flash! Ohloi! Na nice! Komm, warum hast du geflasht? Loll! Warum hat sie geultet? Okay, doch nicht, ZEK! Doch, doch, doch! Du ulti einfach! Guck dir ZEK an! Ulti einfach ZEK in Orianna! Jetzt kommt die Elcon Ulti! Hatte Passiva? Hatte nicht! Der main Arrow! Jawohl! Ohloi! Ich hab Orianna nicht in ZEK reingekommen! Hab ich die 1-Up getroffen? Ja! Ich stand einfach links! Ohloi! So ein Bastard! Hatte schon gar nichts gebracht! Aber war sowas wert! Ah, schade! Ja, ich... Der Ashe Arrow fliegt einfach viel zu langsam! Eine Jinx Ulti wäre halt viel besser gewesen! Ja, die Jinx Ulti hätte nämlich Double King Ulti! Könnte auch Problem vorbezahlen! Einfach Draven Ulti! Draven Ulti hätte sie am wenigsten gemacht von allen! Ja, ich hab' es! Okay, noch besser als Estruder! Ich hab' es! Nein, ich werd' mal mit meinen Runen und Mars Spielen! Nein! Oh! Easy, Gunny! Aber standst du nicht eigentlich als erstes, Felix? Äh, Felix! Äh, Felix! Äh, Felix! Äh, Felix! Ja, mit Flakespro oder Felix? Ja, das ist doch ein bisschen schwieriger! Also du hast noch mehr Sprachfehler als ich! Noch mehr Sprachfehler als ich! Noch mehr Sprachfehler! Noch mehr Sprachfehler! Noch mehr Sprachfehler! Du hast noch mehr Sprachfehler als ich! 6-Block 69 Achtung, ich kliere erstmal die Ward damit das so aussieht! Jaa! Hab' gar nichts getroffen und ist trotzdem tot! So geil, ne? Hab' gar nichts getroffen und ist trotzdem tot! Das ist ein Make-Use-Made! Ich hätt' trotzdem alle gefick' mit Diana, Alter, ich hab' ihm mit dir zu Bläst rausgekommen! Äh, Jux, ich zeig den, ne? Shut the fuck up! Jux, shut the fuck up! Guck, guck, guck! You're a stupid Kanku! Nice! Nice! Wann? Hd! Hp! 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 Ne, Hp! Alles gut! Ne, ist cool! Guck mal, er öffnet sich dahin, dann wieder zurück, ultet dann gleichzeitig und stirbt dann nicht! Hauptsache noch der Towershot! Die Läden dann hättest du vielleicht ein bisschen besser gefahren! Was? Ach was? Ne! Aber ich bin mir nicht auch all zu sicher darüber! Boah! Ich warte aber jetzt bis sie hinkommt und dann töten wir die! Oh mein Gott! Also meine Zeckbrane war schon geendet! Oh, ich treff halt einfach auch gar nicht! Ach dann hier ne Q! Okay, wie? Wenn du nach 7G verloren hast, dann würde ich erst mal das Teichnung der Raid verschwählen! Ja! Warum macht ihr keinen Schaden? Nein, da wird... Oh! Äh, wahrscheinlich... Also das hat ne hohe Chance, dass du die Motive wirst, aber... Du hast ne ziemlich gute MMR wahrscheinlich nicht! Ja, du wirst nicht die Motive, aber... Danach wirst du ganz sicher die Motive passieren! Uiio! Wohin gehst du? Ja! Oh! 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 Ich wusste es nicht! Das sind die noch! Ach du mal, ich habe ne Baden! Oh Gott! Ja, 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 ja. Ich bin so scheiße! Alter, boosted overman 1000! Ich seh nur wie dieser Pfeil uns nirgendwo fliegt Hättest immer Top-Leg geschossen Hol dir doch! Hey wo war die Ulti? Die? Ich hätt den doch so bekommen können aber Ich weiß aber du Ja Top-Tower ist wahrscheinlich weg Ich hab Pfeil wieder zu verlieren Ja weil ich glaub so wie der Full Automatic Disrespect Ulti warst aber nein Da war nichts davon zu sehen Nicht mal seine Wehen Ja dann hätt ich den aber bekommen Fick dich Juni Juxich äh Vorsicht Juni Juni Blah Aber ich hab schon gar nichts getroffen mal wieder Im Sinne mein Wehen Leonik? Alter dieser Lacher ne Astralis? Palme aus Plastik? Einmal mehr auf Benzin Und der Sand aber mach Ne Runden aufm Roller Kalt wenn es Nacht ist Das denn ich hängt hin Ja mach Also Velgos macht schon Damage Schon 2 Damage Und ich hängt hin Hätt ich jetzt meine Wehen Ja alles okay Haha Leute Kaaah Hallo? Komm schon! Das darf nicht wahr sein Oh nein Oh nein Oh nein Hilfe 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 Ja okay Ich helfe dir nicht Warum hab ich jetzt gemacht? Egal Egal 1 1 1 1 1 1 5 1 1 Günni ich hab AP Mit VWB Ja, aber das ist ja dann trotzdem deine Schuld, Felix. Ja, ich weiß. Ich weiß nicht, ob die Silks den HP so viel ändern. Nee, ich hätte Firewall auf Battle, der hätte die First Blood geholt und dann wäre alles anders gelaufen. Hm, wer weiß. Ja, First Blood war schon ziemlich knapp. Ja, der hatte 30 HP. Und die hätte der mit meinen... Ich hab mal Battle. 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 Ja, ich hab mal Battle. Ja, ich hab's. Komm, 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 son. Ja, nice. Okay, komm, komm. Sing, ich sterbe nicht. Ja, aber der ist nicht. Oder lass ich baiten. Baiten, baiten, baiten. Baiten, baiten, baiten. Denkt der, wer der ist? Ja, baiten. Baiten. Sie hat goldet. Ich sterbe nicht, ich sterbe nicht mit Call. War schon. Ja, guter Call hier. Was ist gehen so? Wo ist der Follower auf der Mitte? Leute, die TBH-Botlay kommt hoch. TBH-Botlay. Ja, ja. Was ist der TBH-ADC? Äh, hinterlehnen. Nein. Nein. Ach, warst du auch ein TBH oder was? Ja, ich war ADC. Die waren die Bottles. Können wir nicht. Hallol. Die waren voll die Süßen. Eigentlich nicht. Was macht ihr da? Nimm den Lenshund. Ahaha. Alter, ihr habt echt... Ich muss lieber noch mal Damage rausdrücken. Ihr habt echt so'n... Problem mit der Lantern, ne? Guck, hier wäre eh gestorben. Ich hab keinen Impact. Das ist so wunderwunderschön. Es ist eh hier. Mensch, die... Ach gut. Krass, Alter. Alter, guck die... Was passiert? Was passiert? Was passiert? Ich sag dir, das ist einfach zu obvious. dass er... Die Ariana, die Ariana geht auch genau... Genau, ich glaube nicht. Was? Journey von Bart. Weißt du, ich denke einfach, das wäre zu einfach, da einfach in diese Journey reinzugehen und deswegen... ...hucke ich daneben. Aber nein. Sie sind ja so doof. Wir versuchen nicht mal zu drutschen. War jetzt nicht auch so'n... Marcel Zitat? Der thört sich echt so'n, ja. Ja. Wir müssen mal ein... Es ist er... 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 Marcel sagt nämlich richtig oft, die versuchen nicht mal zu drutschen oder so'n. Ich war du... Ich war für drutschen. Bei der Liga-Freunde. So ridiculous! Jux, hab dir das Platz vor. So ridiculous! Ja, die ist meine Freunde. Ja, der ist meine Freunde. Bo-Guine, ne? Bei dir wiegt er weg? Oh noiiii... Kann der Typ nicht einmal von seiner Lane abbrauchen? Du gehst doch auch nicht weg. Ja, weil ich wie heid bin und mir nichts anderes übrig bleibt. Ich steh als 6 Junge. Ey, du bist ganz schön hart in der Scheiße, ne? Also, ich hab ja gerade den Typen am Haar. Ja, wir üben jetzt wie du die Lentern nimmst. Doch, ficken wir die, ficken wir die. Oder auch nicht. Oh, du bist offen. Äh, Koki, du denkst echt du kriegst den Blur, ne? Ne, denk ich geh den Kill hier. Jux, Orianna! Schnell! Orianna! Ähm, Olaf kommt. Jux, komm, komm, wo seid ihr? Okay, der war weit. Olaf ist da. Oh mein Gott, wir müssen ja Olaf ficken, wir müssen ja Olaf ficken. Der tut dir, der, wir können niemals ficken. Olaf ficken auch. Ich hab TP. Stellt ein Ward. Ja. Jux! Scheiße, Alter. Äh. Ich hab's nicht. Nein, ich hab's nicht. Nein, ich hab's nicht. TP dauert einfach 30 Jahre und 6 Spots. Alter, die fucking Journey. Nein! Nein! Hahaha! Kann ich so gesehen? Nie wieder machen. Hahaha! 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 Ey, wie behindert's heute. Wie kann dein Thema eigentlich so üben sonst los sein, ne? Hahaha! Na, anlacken. Wie kann der so scheiße sein, ne? Easy. Nice. Ich wollte ihn gar nicht treffen, aber guck ich diesen Prank an. Hahaha! Nice! Ihr seid so scheiße! Komm, hier ist der Prank, oder? Ich hab mir den voll, dass ich ihn schiefgegeben. Mhm. Durch diesen Prank an. Wurde zu schiefgegangen. Ah, das ist schiefgegangen. Gone wrong. Gone failed. Gone fatal. Gone viral. Alles klar. Sie kommen, der Blue. Der Blue. Der Blue. Der Blue. Der Blue. Papa! Ich hab den Blue bekommen! Jungs, go! Wohin geht's hier? Ich geh ins Bad. Ich muss mir ITems kaufen. Get's bad. Ich will in Geld, wir wollen eine ITems kaufen. Ja, ich brauch, ich brauch auch ITems. Get back, man. Tp Jungs. Du hast Tp mitgenommen? Nooo man. Immer im Barrier oder die Pfing? und wir gehen jetzt, ist er noch Exhaust oder alle bots, alle bots ja, botnain einfach botnain wegpumpsen aber ich hab aggressiv zu spieler, nicht aggressiv eigentlich hab ich an sich nie mit, aber weil ich nie irgendein brauch geübe die Mechanik, alter oh, bis sie sind kaputt oh, bis sie sind kaputt oh, die sind kaputt oh, die sind kaputt scheiße, alter Autotecks ich hab aber Autotecks gemacht oh, Gott, hinschauen sie oh, Gott, Ola ja, komm, Alter ja, das ist doch auch ein bisschen geh rein, wo soll der her? da wird wir alle sterben hintereinander geh, 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 geh hab ich auch gedacht, ich will, hä, was passiert ich will, ich hab ja nicht jetzt flow, die anderen sind flussieste ist so einfach ja, weil ich einfach nichts ey, komm, gehst du, du, Spasti nee, nee, ich muss vor allem oh, mein Gott oh, ich hab dich schon dass ich will auf uns engage, ne? Leute, ich komm mit weg nein, scheiß auf dich, Koki du bist nutzlos ey, wir scheißen auf diesen Tower, ne? lass den Tower fallen wir können ihn nicht verteidigen, wir sind alle zu low erstmal, Felix baut da einen eigenen Tower auf ha, ha, ha die weg oooohh eeeh ich geh nur noch mal hin und bohren mit nur einem Beta ihr seid jetzt nicht so lebens wie oh mein Gott ihr seid jetzt nicht so lebens wie oh mein Gott oh mein Gott oh Leute, das ist kein Beta das ist eigentlich schon gar nichts Beta? Peter? Peter? was hat denn das jetzt mit Peter zu tun? oh 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 ich hab den verkommen oh da ist der Ulti mal getrocknet oh oh und er hat nix mit dem Team reingeflasht er bekommt den das ist ein Name keiner, alter oh da ist doch einer, alter ich krieg nicht einen Kill, ey das ist so ekelhaft denn du bist auch nutzlos ja ja, aber würd ich mal nichts kriegen, wenn ich wenigstens so krass nutz es tut mir leid, aber du willst einfach nur du willst einfach nur du bist so leid, aber du willst einfach nur du bist so leid, aber du willst einfach nur oh 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 aber ihn du willst schon nutzlos, Felix er hätte es bestellen können, Felix den haben wir dir zur Verfügung gegeben ja, dankeschön was machst du damit einfach und was mit deiner großen Chance gar nix, ey alles gelogen nein k die sie mir um überlaufen und ein bisschen und wollen denn denn dann angeblich und umführende und kultfeil der reihe und Jungs, seid ihr bereit? Alle Midlane, alle Midlane, ich entgege. Oh, die Q, Liga. Ich hab TP. Ja, entgege. Alter, hab ich jetzt entgege? Ja, geh rein. Juh. Das war nutzlose Onelane, ist nicht mehr da. Alter, halt doch die Schnauze, Alter. Aldi. Oh, krass. Dang. Wamm. 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 Oh! Ja, ich hab'n Kill, Leute. Ja, ich hab'n Kill. Oder hat der Olaf mich einfach zerfleischt? Ja, allerkiss. Weil er einfach krass gefehlt ist, was er im Grunde hier ist. Juni, warum springst du nicht rein? Was bist du für ne Pussy? Nein, er hat noch Flash. Ja, klar. Nice, Justin. Ja, ich weiß. Ultis sitzen heute, Alter. Ich hab'n hier einfach reingesprungen, ne? Wollte irgendwas treffen? Ey, Kockei, viel Schutz. Ich töte ihn noch von hier in den Bart. Kockei. Tschüss, Alter. Mein Stubber Impact. Oh Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, und? Ja, ich rette dich, Guni. Ich rette dich, Guni. Ich rette dich, Guni. Erst mal fischen. Ey, Leute. Was machst du? Ich töte den. Ja, ist klar. Ich bin tot. Ja, nicht. Okay. Ich mach' einfach nur Flex-Pro-Bait, damit der noch mehr feedet, ne? Ja, ich hab' irgendwie mehr erwartet, Jungs. Ähm. Deswegen einfach alles an unserem Supporter. Guni, warum feedest du? Das liegt alles an unserem Supporter. Guni schlägt's tot, ja? Warum feedest du eigentlich? Alles nicht. Ich bin 0516, Alter. Ja, und Lappen. 2... 2... 9, ja. Lappen. Die machen Blöden. Das stimmt. Das stimmt. Bis heute? Wie hat Hiyo geschafft, fucking Level 7 offenen Champion zu haben? Ja. Also, ich weiß nicht, ich schlägt mich genau. Ja. Jo, also wenn du den nicht stealst, ne? Dann kastrier' ich dich. ULTES dann, äh... 6. LOL! LOL! So, ne, ne? Und er überlebt sogar. Ich konnte den nicht ulten. LOL, Hiyo, Alter. Was bist du eigentlich für'n Gott? Ich bin einfach zu P'ed. Und hab' aber sogar Torki getötet. Ne? Hab' ich nicht gemacht. So, Jungs. Jetzt können wir die Barret einfach wegschmeißen, den wir Teamfeilen. Ja. Das war... Das war der Plan. Okay. Hallo? Ich hab' einfach alles aus Torki draufgeschmitten. Das ist doch der Plan, Jungs. Seid ihr jetzt ersthaft alle gestorben außer mir? Ich wollte einfach nur den Ding jetzt saveen. Ich wollte einfach nur sterben. Ich wollte einfach nur sterben. Ja, und nachdem ich gestorben war, dachte ich zu dir, ja. Weißt du, warum schmierst du hier? Jetzt geh' ich auch rein. Was bist du? Dig, Alter, der hat das gecall'n. Ja, und warum hast du den grad geflam't? Oh, hast du? Help! 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 Die machen Drake, Leute. Ja, scheiße. Komm, steal den! Steal den! Haben wir überhaupt noch Dörren? Ja, ich hab' noch. Ja, ich hab' noch. Der Drake gehört uns. Okay, dann lass' mal Mitte pushen jetzt. Oder bot lane. Wann hab' ich den? Bot lane ist das. Ich bin grad mit lane. Ja, das wär' leichter gewesen. Hättest du das einfach eh gemacht, damit ich vision hatte, um zu wissen, wann ich reingehe? Ne. Der hat das auch gecallt, ey. Du bist einfach weggelaufen. Der hat's überhaupt nicht gecallt. Call is call. Schalalalala. Ich krieg' nicht mal CS, Leute. Mann! Ich seh' nur noch die ganze Zeit mich. Du bist auch mit Spaß. Ich weiß es nicht. Hä? Ich hab' Spaß. Warum ist dieses Team wieder so nutzlos? Ich hab' keine Ahnung. Ich hab' keine Ahnung. Mach' ne sprachlich-silistische Analyse. Vielleicht findest du sie ja raus. Wir sollten bot lane pushen. Bot lane ist das erste Ziel. Ja, wir sollten bot lane pushen. Nein, bot lane pushen. Oh, ich hoffen. Ready to fly. Hier kommt Sudo. Beste Champion-Impression ever, alter. Beste Champion-Impression ever, alter. Wir danken euch. Ja. Eklig. Rappen kannst du eh nicht. Schocken bitte. Müsst'n richtig Harten pushen. Ihr seid einfach richtige Hartz, alter. Ihr, ihr habt einfach... Hier, push weiter bot lane. Yo, schau, 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 hier ist'n Cocky. Cocky, alter. NICE! NICE! Einfach weiter pushen! Einfach weiter pushen! Einfach weiter pushen! Koki und die Hult hier und so nü- Juckt uns ja nicht! Wir warten jetzt hier ne? Oh! Ich komm alle von hinten leute! Das finde ich's good! Juckt's! Koki zu werden wir vor der Hult fahren! Ich bin halt direkt gefokust worden! Das war ein schöner Dodge Felix! Das war kein Dodge, das war für dich! Ach so! Ich hau einfach ab! Ich hau einfach ab! Felix! Na egal! Oh Gunny macht aber ein Triple Kill! Triple Kill! Triple Kill! Triple Kill! Triple Kill! Jawoll Gunny! Das wär fast cool gewesen, aber das hätte dir eh nicht mehr gebraucht! Oh Gunny! Ich fliege einfach einen vorbei! Oh Gunny! Die fliegen immer alle vorbei! Oh Juppe! Jungs! Nichts ist lost! Ist echt nicht! Ulti Top! 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 Ich ba's nicht! Ich werbe doch! Leute! Tust du nicht! Ulti Top! Lägaaa! Gott, hast du ab, ne? Jungs, Jungs, nicht insdenken! Alter! Kimi! Du hast das noch nie gehört! Lacht Kimi gerade, oder was? Als ob du das noch nie gehört hast, das wird so falsch mit dir! Guck mal, Leute, was ich mich gefunden habe! Ey, Jester, warum machst du eigentlich nie Ulti? Keine Ahnung, das ist ne Jinx-Gewohnheit, Alter! Was ist das Ulti? Bei Jinx-Gewohnheit? Deswegen mach ich jetzt mit Ash nicht, Leute! Ja! Weil ne Jinx-Ulti was ganz anderes ist als ne Ash-Ulti! Ja! Das heißt, bei Ash ist dann... Du bist es vor allem ein... Auf! Ja, viel Spaß, Freunde! Nö! Dodge is a real! Äh, nicht bei mir! Ich häng mir halt blöd drauf! So gut, ey! Warum ich überlebe? Easy! Zwar... Wie das aussieht! Jetzt noch Guardian-Angel! Und dann zähl ihr ne Ulti! Dann sei ein Passive! Ja! Ja! Ja, weiß ich nicht! Licht an dir, Gunny! Also, ich mein, ich steh 13-10, ne? Ich glaub, ich ziehe aus unserem Drop-Dainer! Ihr kennt uns! Ja! Okay! Der ist auch krass! Vor allem jetzt! Die Phase, wo... Bin der für Muppens Typ? ...Renaken richtig viel Impact hat! Nice! Nice, Gunny! Haben wir! Easy hab ich den! Danke, Gunny! Danke! Ich habe zwei Fragen, Fynn! Oh, bist du gut, ey! Ich hab... Ich hab... Ich hab, ihr könnt euch grüßen, ne? Jawoll, Gunny! Können wir, können wir! Wenn ihr es jetzt nicht schafft, ne? Dann bringt euch, und bringt euch bitte um! Hahahaha! Ich hab vielleicht einfach rei! Doch von eurer Eltern! Keiner von euch hat geprüft. Keiner von uns hat gleich aus dem hier. Oh. Komm, wir müssen jetzt Barren machen. Schnell, wir müssen jetzt Barren machen. Ja, 20 Minuten. Du, schnell, schnell, schnell! Ich lass dir, wo bist du? Coming! Oh, ich hab mehr Assists als Tone, ich bin so stolz auf mich. Richtig schwul angehört. Boah, herzlichen Glückwunsch, Felix. Danke. Hashtag no homophobe. Oh, lol. Ich werde hier stehen und hier Damage machen, weil ich hab Angst. Die haben keine Ahnung, die haben keine Ahnung, schnell, schnell. Die kommen, 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 die kommen. Ich stehe auch noch hinten, die von uns. Ich mach von hinten Abilities, okay? Oh, das ist jetzt scheiße. Das ist gar nichts. Okay. Jizzy. Oder, oh ja. Oder wir fighten. Äh, ihr fightet. Hallo. Bist du ein scheiß Stealer, ne? Elterdrag, Elterdrag. Soll ich mir Proto-Welt holen, wenn ich... Boah, der Elterdrag, der bringt uns richtig viel... Ach so, wir haben zwei Draggs. Oh, komm los. Ich dachte, wir hätten nur einen. Damage, hallo Damage! 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 Die sind Schafen, muss ich dir wissen. Die sind Pränts. Oh nein! Ach! Die siehst du mich nur so angerannt kosten. Äh, die machen... Elderdrag. Ja, dann geh mal da hin, du Spasti. Ja, mach ich doch gerade. Als Moll. Ja, geh doch da hin, du Spasti. Jungs, Elterdrag. Jungs, wir gewinnen. Elderdrag, Elderdrag. Der ist aber durch mich durchgelaufen. Come back Israel, Alter. Nachdem wir gebrannt haben, wir tun uns einmal. Was ist jetzt passiert? Jawohl. Jungs, Jungs, nicht zu recallen. Wir ficken die. Ja, dann mach was, damit wir die ficken können. Alle kochen hier unten. Alle rein. Ich will auch rein. Nein. Fick dich. Guardian Eagle. Boah, jetzt habt ihr erst mal noch passive. Alter, ist das Känzer. Sind du? Nein! Du hast sogar noch gesmied. Ey, Botlane, Botlane, Botlane. Botlane fiel sich gerade an. Ja, ich geh schon, ich geh schon. Ja, geht Toplane. Oh, Redback. Der ist gleich fertig vor mir. Der ist gleich fertig vor mir. Ich bin gleich fertig vor mir. Die ganze Welt wird das jetzt sehen, Hugh. Ich bin gleich fertig, denn dauert das noch drei Jahre. Ich bin gleich fertig, Fami. Arma, fertig. Popo abwischen. Nein. Oh Gott. Du gehst nach Essen. Rotweiß Essen. Ficken und Vergessen. Schalker Frauen. Ficken und Verhauen. Ich bin doch noch im Main. Rotweiß Essen. Ficken und Vergessen. Ficken und Verhauen. Ficken und Verhauen. Ficken und Verhauen. Hä, Fußspiel? Das ist nicht mal Fußball. Alter Jungs, ne. Oh, da bist du so stark. Das waren zwei Sekunden seiner Schläge. Oh, ne. drei, zwei, drei. No, ne. Coldwater for you. Das macht so viel Spaß, ja. Ach sooo, in die Band. Oh, ne? Der, der Cabine. Einfach, 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 push einfach weiter. Der siehste. Gyni. Gyni. Ken. Push jetzt weiter, push jetzt weiter. Ja, was mach ich denn, Junge? Soll ich weiter? Soll ich weiter? Nein. Den Tower krieg ich. Scheiße, Mann. Im Moment hat sie... Siebzehn. Wie lange ist der Baron-Buff noch auf dir? Aktiv gar nicht mehr. Wie lange ist der Baron-Buff noch auf dir? Äh, okay. Äh, äh, äh. Der Energy-Board hat verlangen, um zu respawnen. Was war das jetzt? Wie lange ist er denn? Äh, äh, äh. Alter, ist echt so. So muss ich packen das noch. Leute, jetzt machen meine Outdoor-Techs vielleicht mal ein bisschen Schaden, wenn ich die... Soll ich die... Boah, Alter, das wäre viel besser, wenn das 39 zu 45 stehen würde, also... Vor allem, ich bin Level 18 und... Der, der, der Carry-Jungler ist Level 17. 15! Carry-Jungler? Ja, weil du die ganze Zeit alleine nutzlos auf der Lane rumstandst. Ja. Nicht mal, nicht mal wirklich. Carry-Jungler, Alter. Sondern nur gefälscht. Keiner Carry, ne? Loll. Ich bin am höchsten Problem, Leute. Jetzt seid ihr alle. Dann sind wir auch engaged. Low-Wops. Ja. Die Gage nicht. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Alle weg. Leider, wenn die Engage sind, sind wir zum Arsch, ne? Fein. So, und jetzt. Nee. Die können ruhig sein Aids dann ein bisschen rumschießen, aber sonst... Ja, mach ich auch. Also, wenn ich engage, dann drück ich jetzt einfach hin. Also, wie in real life, ne? Wie schön, mach mal ne B. 1, 2, 1. Jawoll! Ja, Cocky töten ist ne gute Idee. Cocky, ja. Orianna ist am Start, ne? Orianna ist am Start, ne? Orianna ist am Start, ne? Die bring ich einfach um. Jungs, komm nachher, ne? Mach Wölfe das jetzt nicht rein, ne? Ja, auch mal scheiße, Alter. Ja, ihr habt doch irgendwie zu fangen. Oh mein Gott. Es war. Sey. Alles. Ich kann Orianna instanken, wenn ihr wollt. Ja, mach das. Ja, mach. Ja, dann dürft ihr die scheiße nicht, kleine Idioten, ne? Was macht der Klier? Ja, nice you. Guter Insect. Soll ich auch CC holen? Auf der Toplane, wir verlieren zu viel, wenn wir jetzt. Ich geh weg. Nein, wir gehen nicht weg. Nein. Ich geh weg. Keiner geht weg. Will, ne? Ich hab's blöd, ne? Ja, TP. Ich hab TP, aber... Ja und? Jetzt? Wir ficken die. Ja, komm. Dann ficken. Soll ich? Ja, nee. Ich entgegen. Ja, dann muss ich einen mit der Q treffen, ne? Dann treffe ich eh wieder gar nicht, okay? Ja, nice. Ja, nice. Jux! Der Engaged ist totes! Lass den Ulti einmal, ne? Ich bin doch mal ein Zimmer totes! Ich danke, der geht mit dem Engaged, ne? Engaged, der geht rein und wird von hier in den Arsch gefickt. Wow! Ja, ich hab alles rausgebetet, ne? Ja, wir haben es verloren, ne? Nein! Wir haben uns einfach wahrscheinlich verloren. Nice. Ich hab alle jetzt rausgebetet. Und am meisten hab ich mein Leben rausgebetet, Alter. Das ist nämlich aus mir rausgeschwungen wie der letzte Scheiß. Genau das. Geht er weg, geht er weg, geht er weg. Scheiß auf die Indips, ne? Scheiß auf die Indips. Scheiße! Hey, ich nimm nichts, ne? Ich hab mal g8, schau mal schizeit für Ryanair. Du, Steff, was macht ihr denn da? Wie schnell ist er da? er hat die Begründung Dr. Dr Jürgen ist Jürgen geht es kann der Nürburgring macht die Begründung tolles Liedlösen ich bin der Vorbereitung Gynnie springt da rüber und gibt Justin die Lantern, nicht der Alarm. Ok, go! Wow! Der geht doch nicht runter! Ey, du bist doch normal! Habe ich nicht. Ok, hier du, ich muss hier. Ich bin doch nicht dahin. Ok, bin da. Jetzt sehen wir Justin. Wer hat sie sich in Kauf sein? Wir haben jetzt so, so schön. Äh, ne? Was für ein sneaky Barren, wenn du nicht mehr hinkommst. Justin, hast du die anderen runtergelaufen, der Spaß sieht? Watt, das stimmt überhaupt nicht. Leute, ich hab nicht die ZZ-Portal. Wenn ihr genug Geld habt, dann verkauft ihr ein Item, raucht die ZZ-Portal und dann macht ihr das. Du hattest schon genug Geld? Ja. Ich bin nicht mal voll wild und ich baue ZZ. Ich bin schon genug Geld für die ZZ-Portal. Du siehst direkt ZZ, ne? Ja. Vorsicht, da war Olaf. Können wir auch irgendwann mal ein Tryhard-Team-Rank machen, Alter? Ja, müssen wir wirklich. Wir müssen gleich eins aufmachen. Aber ein Rank-Team, ein Rank-Team. Nicht wie Tickle-Rank. Ja, richtig. Aber wir müssen einen coolen Namen haben. Und nicht einfach Team-Coach-AG, Alter. Aber da muss Tickle gespielt, Alter. Nicht so einfach Team-Coach-AG. Und einer von euch muss ausdenken. Ich bin Coach, Leute. Ich auch. Jungs, Aureena ist noch hier drin. Das geht auch nicht. Lackert. Da muss Justin aber streamen, dann kann ich coachen. Jungs, go, 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 go. Wo ist hier Aureena? Ja, ich bin nicht angekommen, Alter. Warte, warte. Ja. Ich war schon scheiße. Wenn ihr seht, dass ihr followt, müsst ihr schon followen. Ich bin schon am Kameraden. Ey, ey, ey. Ich bin tot. Oh, ich hab Jay. Ich hab' zu retten. Ich hab' zu retten. Ich hab' zu retten. Wie kannst du G8en? So richtig 12 Minuten lachen, ey. Oh Gott! Ich hab' die Dosenöffner verloren Dieses Grunzen dazwischen Ja, ich hab' nicht geultet Ja, ich hab' nicht geultet Wir haben die Dosenöffner verloren Nee, noch nicht, Hiyo Du bist in 3 Sekunden da Äh... Wacklose Ich hab' Most Damage in-game Ja, ne? Jetzt wieder tschüss, ne? Auf Wiedersehen Äh...